In diesem Video greife ich die feine Technik der Verlustrechnung mit Erweiterung auf, die ich im letzten erfolgreichen Video Augenöffner euch gezeigt habe. Hier gibt es jetzt die nächste Stufe plus zwei weitere Beispiele aus der Kategorie Luxusprobleme. Ab geht die wilde Fahrt. Stellt euch also vor, ihr sitzt mit diesem Blatt in Vorhand. Die Mitspieler haben schon gepasst. Vielleicht haben sie noch ein bisschen gereizt, aber sagen wir mal nicht mehr als 23. Und ihr habt bereits den Skat aufgenommen und schaut jetzt in folgendes sehr schöne Blatt. Während ich mich jetzt mit einem kleinen Schluck Energie versorge, könnt ihr mal die üblichen drei Fragen beantworten. Was plant ihr zu spielen? Was werdet ihr dafür drücken? Und wie sind eigentlich eure Gewinnaussichten? Ja, ich denke mal, fast alle Spitzenspieler werden da gar nicht drüber nachdenken müssen, weil das ein bekanntes Motiv quasi ist. Ich denke auch, die erste Frage ist vielleicht am leichtesten zu beantworten. Und die Spielansage, der Grang ist einfach bärenstark und das Farbspiel, auch wenn das super aussieht, der Kreuz, ist doch schwächer. Denn im Zweifel, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die Trümpfe alle dagegen sitzen, die vier Herzen, sagen wir mal, in einer Hand sitzen, dann gibst du bei dem Kreuzspiel jedenfalls mehr Stiche ab, hast weniger Kontrolle und das Spiel ist verlierbar. Beim Grang, das ist relativ leicht zu überschauen, gibt man eben maximal drei Stiche ab, wenn nämlich die Buben in einer Hand sitzen, dann wird ein Bauernstich verloren und noch zwei Beikartenstiche. Und das ist sehr stabil und auch relativ gut planbar. Also, Grang sollte hier die Wahl sein. Und die nächste Frage ist, wie wird der Grang gedrückt? Und ich denke, diese beiden Karten lachen einen natürlich an, völlig klar. Und ehrlicherweise muss man sagen, im Schneidersinne ist das natürlich auch die naheliegende Drückung. Wenn jetzt die Buben verteilt fallen, dann wird danach Herz 7 gespielt und die anderen können überhaupt nur noch aus dem Schneider kommen, wenn Herz 4 zu 0 verteilt wäre. Die Frage ist, fällt einem das im schlechtesten Fall auf die Füße, also wenn die Bauern in einer Hand sitzen, dass man eben hier diese Dame noch in der Hand hat und da knüpfen wir eben an die Verlustrechnung an. In dem Beispiel hier ist es anders als den von mir bisher gezeigten Beispielen eben nicht so, dass man ganz sicher die ersten x-Stiche runterziehen kann, weil an eben hier die beiden schwarzen Buben fehlen und deswegen ist es eben so eine Art erweiterte Verlustrechnung. Die Antwort ist aber auf jeden Fall, dass tatsächlich die Herzdame im Sieg-Sinne hier gedrückt werden muss. Es ist noch nicht lange her, da habe ich gesehen, wie bei einer Mannschaftsmeisterschaft, also durchaus erfahrener Vereinsspieler, genau dieses Spiel verloren hat, weil er eben das Bild unterm Ass im Blatt gehalten hat. Und warum das eben kritisch ist, das sehen wir gleich quasi als Umkehr von dem Beweis, den ich jetzt einmal führen möchte, woran man eben auch sehen kann, wie gut vorher planbar das Skatspiel eigentlich ist, wenn man ein bisschen Erfahrung und Übersicht hat. Also, wir drücken die beiden Bilder und die Analogie zu dem Beispiel, welches ich im Video Augenöffner quasi auch schon gezeigt habe, seht ihr vielleicht auch. Wir haben hier einmal Ass-Lusche und einmal die Blanke-Lusche, also das vierte Beispiel in dem genannten Video. Wir spielen jetzt also den Gang und logischerweise gucken wir erstmal mit dem Kreuz Buben, ob wir beide Buben abziehen können, dann hätten wir ja eben einen ganz leichten Sieg. Im Worst Case passiert das natürlich nicht. Jetzt steht der Gang über die Dörfer an und es kann ja auch bisher erst ein Kreuz abgeworfen worden sein, vielleicht auch gar keiner, deswegen das Kreuz Ass könnten wir natürlich gefahrlos ziehen und beziehungsweise wenn das direkt gestochen wird, wäre das sogar in unserem Sinne. Aber wir können tatsächlich auch mal rein aus Spaß hier mit der Zehn starten, denn das eine Auge wird gleich noch über sein. Also Kreuz Zehn, einer wirft ab, der andere muss noch bedienen mit dem König in dem Fall und jetzt kommt eben der nächste Kreuzfall volle und sei es jetzt hier mal das eine Auge, das Ass, was wir extra mal hergegeben haben. Natürlich kommt jetzt eine Schmierung, andere Konstellation auch vorstellbar. Man muss jetzt hier natürlich nicht den Fünferzug mit Dame 9, 8 haben. König, Doppeldusche, alles was Fünferzug mit Ass 10 ist, ist hier analog zu betrachten. Die Buben könnten auch hier sitzen, aber in dem Fall machen wir es einfach so. Es wird jetzt eben hier geschmiert, es wird gestochen. 24 Augen. Schlimmster Fall, der uns jetzt ereilen kann. Genau auf der blanken Piglusche wird erstmal das volle Fund getroffen. Und wenn die Buben etwa da stehen und da ein guter Spieler ist, dann kann das auch sein, dass der von da einfach scharf die Zehn spielt, diesen 21er Stich sucht und dann das Spiel einfach so rum rüber geht. Also komplett plausibel, das kann passieren. Zu den 24 kommen jetzt noch 21 Augen auf 45. Und jetzt haben wir hier wieder die sogenannte geschützte Lusche, geschützt eben durch das Herz Ass. Die Gegner haben nämlich insgesamt nur noch zwei volle in der Hand. Ich kann ja hier die Restkarten einmal aufteilen, aufdecken, die noch unterwegs sind. Hier ist einmal noch die Herz 10 mit da drin und hier ist noch die Karo 10 mit dabei. Und die Gegner haben eben jetzt 45 liegen, was bedeutet, um zu gewinnen, brauchen sie beide vollen und die werden sie jetzt nicht bekommen, denn man muss ja nicht selber mit Herz antreten, sondern die Gegner müssen antreten. In dem Fall jetzt, wo der Herzkönig hier ist, wäre das zwar auch noch kein Problem, selber anzutreten, aber im Extremfall können eben die Herz auch komplett einseitig verteilt sein. Aber das ist hier gar nicht die Frage, denn die Gegner müssen antreten und insofern, sobald dort ein voller liegt, wird eben mitgenommen, ob das jetzt in Herz ist rausgenommen oder in Karo 10 ist, die gestochen würde, sobald da kein voller liegt, wird eben entweder getaucht oder eben abgeworfen in dem Fall. Und so kommen die Gegner eben nur auf 59 und das sagt uns ja schon, sie können maximal 58 kriegen, wenn wir mit dem Kreuz Ass starten, so können sie 59 bekommen. Auf jeden Fall ist die Herzdame, die wir jetzt in den Keller gepackt haben, das Zünglein an der Waage und das Spiel ist vor allen Dingen, wenn wir die Herzdame oben halten, auch gar nicht schwer zu schlagen. Buben stehen in einer Hand, Kreuz wird der zweite gestochen mit einer Schmierung, sind das dann meist 23 und dann braucht eben einfach nur Bild und voller angeboten werden, also ganz normal. König 10 und dann hängst du da, wenn du abwürfst, stehen die Gegner dann eben schon auf 37, können dir noch einen vollen vorsetzen und dann hängst du da mit deinem Bild und verlierst das Spiel einfach auf 60. Oh, wie schön ist Panama! Ihr sitzt in Vorhand und habt diese absoluten Luxusprobleme, weil dieses wunderschöne Blatt angeschwemmt gekommen ist. Aus Hinterhand bekommt ihr meinetwegen noch eine 59er Reizung mit auf den Weg, was euch natürlich ein müdes Lächeln nur entlocken wird. Jetzt die Frage, was macht ihr mit diesem Blatt? Na ja, ist ja wohl keine Frage, dass der Skat erstmal uneingesehen zur Seite geschoben wird und es ist ja relativ offensichtlich, dass wir hier einen unverlierbaren Gang Hand haben. Die Frage wäre ja dann, warum stelle ich denn diese Frage, denn das ist nun wirklich nicht besonders schwer zu erkennen und natürlich geht es jetzt um die nächste Zusatzstufe, um die Schneider-Ansage und da habe ich durchaus schon immer so Aussagen gehört wie, na ja, wenn keine Reizung wäre oder wenn ich noch Punkte brauche, dann riskiere ich das vielleicht, in der Mannschaft aber nicht oder wenn ich schon gut stehe. Und das ist natürlich genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Schneider-Ansage hier ist überhaupt kein Risiko, sie ist sicher zu erzwingen und das ist wieder die gleiche Kombination aus Verlustrechnung und der Technik hier mit der geschützten Lusche, die uns da hinführt. Verlustrechnung zunächst mal, wir haben selber 5 volle, die Gegner werden nur 2 Stiche machen, die 4 höchsten Karten sind die 3 fehlenden vollen, Herz-Ast, 2 Zehner und ein König, also wenn sie die maximale Ausbeute bekommen, einfach die 4 höchsten im Spiel befindlichen Karten, dann wären das 35 Augen, aber wir können eben über diese geschützte Lusche zwingend ein volles, selber von diesen 3 noch ein sacken, erzwingen und dann haben sie eben nur 2 volle und 2 Bilder und dann reicht das nicht. Ja, und wie muss gespielt werden, um das eben hinzubekommen? Selbstverständlich muss erstmal ein Bube gezogen werden, damit es keinen Unglücksfall gibt. Und jetzt spielen natürlich viele Spieler, die das vielleicht nicht so genau wissen, als erstes mal entweder die Pik 8 direkt oder die Karo 9, aber wenn die Farben jeweils komplett einseitig stehen, dann kann da einfach geschmiert werden und in der Farbe wieder zurückgeschoben werden und dann passiert auf die andere Lusche das gleiche Unglück. Deswegen muss die korrekte Technik sein, erstmal sämtliche Einspielkarten rauszunehmen, also abzuspielen. Das heißt, wir gehen einmal über Kreuz, wir gehen nochmal über Kreuz und dann gehen wir über Karo und die geschützte Lusche ist hier diese hier, also die, mit der wir letztlich das Volle erzwingen können. Deswegen ist natürlich letztlich die Reihenfolge, in der wir die Vollen abziehen, die wir abziehen wollen, auch egal. Du kannst auch erst einen Karo-Vollen ziehen, dann einen Kreuz hin und her, wie du möchtest. Auf jeden Fall die Null-Währ-Hand-Reizung. Der Spieler hier ist tatsächlich Karo-frei und der Spieler hier ist tatsächlich Pik-frei. Die Vollen stehen auch so. Wenn wir es dusselig vorgetragen hätten, würden wir es schon verlieren. Aber da wir ja wissen, was wir tun, tritt uns auch quasi nicht die kleinste Schweißperle auf die Stirn, denn jetzt gehen wir eben mit der Karo 9 vom Spiel und das ist ja der Stich, auf den eben sowieso maximal ein Voller fallen kann, weil die andere Karte muss eben hier der Karo-König sein. 15 Augen. Ja, und jetzt haben wir eben wieder im Endspiel nur noch zwei Volle. Spieler hier könnte etwa auf dem Blatt sitzen und würde dann wahrscheinlich jetzt die Karo-Dame uns vorsetzen. Spieler hier hat den anderen Vollen und wenn wir eben jetzt selber antreten müssten, wäre das Spiel verloren. So aber erzwingen wir den letzten Vollen, denn wenn der hier nicht auf dem Tisch liegt, werfen wir wieder ab und haben also eine sichere theoretische Schneider-Ansage gegen jede mögliche Verteilung. Wieder Vorhand sieht wieder super aus, die Karte. Mittelhand sagt 18. Für euch natürlich kein Problem. Hinterhand geht dann aber weiter, weiter, immer weiter bis 59. Aber mal Hand aufs Herz. Ihr reizt natürlich in Vorhang krank ohne 22 Augen, könnt ihr drücken. Diese lange Peak-Batterie, Herz-Ast dabei, wohl keine Frage. Allerdings bei 59 jetzt ein krank handlos zu machen mit zwei blanken Zehnern, ist ja wohl außerhalb der Frage, dass wir das nicht tun. Also ihr schaut in den Skat und dann, bupp, Peak-Bube drin. Ja, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Naja, auf jeden Fall heißt es doch wohl erstmal, dass wir jetzt nicht mehr die Luxus-Probleme haben, den Schneider spielen zu müssen, sondern dass wir jetzt den Schneider auf jeden Fall schaffen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Gut, 20 Augen in den Keller und jetzt bitte einmal das Spiel vorzutragen. Ja, ich hab's gerade wieder gesehen, ne? Wo warst du denn, ne? Peak-Bube raus. Bupp. Kreuzbube, Schmierung, Einschub in Peak, Antreten mit Herz-Lusche, gleiches Bild wie vorher, zwei Abgabestiche, drei Volle und die beiden Bauern, zack, 35, leider verloren. Na? Nächster Versuch, Herz-Lusche, Schmierung, Rausnahme, Einschub in Peak oder Direktabzug, Kreuzbube, letzter Voller geht rauf, zack, leider verloren. Vielleicht nicht häufig, aber möglich und schon erst recht, wenn hier eine 59-Reizung unterwegs ist. Nein, 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 nein. Die Technik ist doch, die Einschübe rauszunehmen, damit die Gegner selber antreten müssen und dann haben wir ja wieder die fünf Vollen, analog zum Beispiel vorher, weil wir ja auch 20 gedrückt haben. Das heißt, die Gegner haben nur drei Volle und wenn wir einen Vollen erzwingen, dann können sie nicht aus dem Schneider kommen und die Einschübe rausnehmen, gemeint sind jetzt die in Peak. Und ob ihr jetzt hier König-Dame-9 habt oder auch König-7-8, was auch immer, spielt gar nicht die Riesenrolle. Auf jeden Fall den Einschub rausnehmen, indem ihr ein Peak-Volles spielt, ist natürlich wieder nicht die Lösung. Dann könnte der direkt gestochen werden und dann sind noch wieder drei Volle im Spiel, wovon sie euch einvorsetzen können. Nein, die Einschübe können hier sicher rausgenommen werden mit Peak-König, Dame oder 9. So ist hier zu starten. Also sagen wir einfach mal die Dame und natürlich fehlen zwei Peak und entsprechend ist darauf zu achten, wie die verteilt sind, wenn etwa in diesem Stich beide Piken fallen, dann könnt ihr jetzt ganz normal weiterspielen, jetzt den Buben raus. Wenn hier nur eine Peak-Lusche gefallen wäre, wäre auch die zweite Peak-Lusche noch mit dem König oder der 9 zu eliminieren. Und logischerweise, wenn dann einer sticht, drei Augen oder vier Augen oder sogar da das andere Volle, das andere Volle kann ja nicht reingehen, es ist ja kein Handspiel, also sind die beiden Peak-Luschen unterwegs, dann kommen die anderen auch nicht raus, denn sie brauchen ja eben drei Volle. Also Peak-Dame, jetzt Peak-Bube, Kreuz-Bube, Schmierung, 15 und in dem Fall, wo ihr jetzt in Hinterhand seid, habt ihr sogar die Luxusprobleme, dass ihr euch das noch aussuchen könnt. Jetzt könnt ihr stechen oder abwerfen, beides gewinnt, weil danach nur noch ein Voller unterwegs ist, aber falls ihr jetzt nach diesem zweiten Stich in Mittelhand seid, dann müsstet ihr hier wieder mit der geschützten Lusche operieren und schauen, liegt ein Voller vor mir oder eben nur ein Bild. Und genau diese Verteilung könnt ihr übrigens auch als digitale Aufgabe nachspielen in der SCART-App, SCART-Light oder SCART-HD von Isar Interactive im Strategietrainer. Hier ist das entsprechende Kapitel. Die feine Technik kann also auch bei sehr, sehr starken Blättern nicht schaden, um sie wirklich wasserdicht zu machen, um sie selbstbewusst auch vorzutragen. Und wenn euch das gefallen hat oder ihr sogar was dazugelernt habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video, in dem ich euch dann etwas über die Gegenspielmaßnahmen erzählen werde, mit der die Gegenpartei versuchen kann, gegen diese geschützte Lusche vorzugehen. Und bis es das Video gibt, empfehle ich euch auf jeden Fall eben dieses hier.